Dividenden sind Ausschüttungen an die Aktionäre einer Unternehmung und erfreuen sich bei Anlegern von großer Beliebtheit. Wenn man auf die Suche geht nach spannenden Dividendenaktien, stößt man relativ schnell auf zwei verschiedene Begriffe. Einmal Aktien, die als sogenannte High Yielder bezeichnet werden und einmal Dividend Growth Stocks, zu deutsch Dividendenwachstumsaktien. Was der Unterschied ist, erkläre ich euch wie üblich auf meinem Kanal hier an einem Praxisbeispiel aus meinem eigenen Depot. Omega Healthcare zum Beispiel ist eine beliebte Immobilienaktie aus dem Gesundheitswesen. Das Geschäftsmodell läuft ganz okay und trotzdem hat man die Dividende die letzten Jahre über nur um wenige Cent angehoben, aber nicht wirklich viel. Dafür aber schüttet man bereits so viel pro Aktie aus, dass die Investoren je nach Kurs eine Dividendenrendite von um die 8% bekommen haben. Ein sehr hoher Wert also. Ich habe zum Beispiel in 2018 und 2020 in Omega investiert. Primär mit dem Ziel, dass ich eine solide Dividende bekomme, direkt von Anfang an. Dass jetzt dieser Betrag von ungefähr 91 Euro pro Quartal nicht mehr großartig ansteigen wird, habe ich hier in Kauf genommen, da der initiale Dividendenbetrag eben schon sehr hoch ist. Dieser Hochdividendenwert ist also ein sogenannter High Yielder. Ein Unternehmen, was eine hohe Dividende zahlt, aber diese wahrscheinlich nicht mehr sonderlich stark Jahr für Jahr anheben wird. Gehen wir jetzt mal in die andere Ecke. Zum Beispiel Visa als Zahlungs- und Finanzdienstleister. Visa kam tatsächlich die letzten 10 Jahre nie auf eine Dividendenrendite von mehr als 0,8%, wenn man gekauft hätte. Damit ist man eigentlich keine Dividendenaktie. Was man aber nicht sieht ist, wie oft Visa die Dividende bereits angehoben hat. Wir sprechen von einer Verdopplung der Ausschüttung alle paar Jahre. Man kann sich nun also die Frage stellen, hm, wenn Visa so oft die Dividende anhebt, warum ist denn die Dividendenrendite stetig bei ungefähr 0,7%? Ganz einfach, weil auch der Kurs der Aktie immer mit angewachsen ist. Die Dividendenrendite ist der Dividende geteilt durch Aktienkurs. Wenn beides gleichmäßig ansteigt, bleibt die Dividendenrendite einfach gleich. Für mich als Aktionär selbst hat sich das Ganze aber bereits ausgewirkt. Die Quartalsdividende, die ich von Anfang an bekommen habe, ist von ungefähr 2 Euro pro Quartal auf über 5 Euro angestiegen. Und in 2023 jetzt sind wir bereits bei 6 bis 7 Euro pro Quartal, je nach Wechselkurs. Eine Dividendenwachstumsaktie ist also eine Aktie von einem Unternehmen, das zwar keine großartige Dividende zu Beginn ausschüttet bei initialem Einstieg, aber die Dividendenausschüttungen regelmäßig in guter Höhe ansteigen lässt. Wer nämlich jetzt fragt, was ist besser, muss ich antworten. Beides hat Vor- und Nachteile und verschiedene Anwendungsfälle. Dividendenwachstumstitel sind Aktien, die natürlich von starken Unternehmen stammen müssen. Wer immer mehr ausschüttet und das über einen langen Zeitraum hinweg, muss logischerweise auch immer mehr Umsätze und Gewinne schreiben. Heute schauen wir uns in diesem Video mal einen Auszug von ein paar starken Dividendenwachstumsaktien an. Krallt euch also einen Kaffee und viel Spaß mit dem Video. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, alles hier ist keinerlei Anlageberatung und nur meine persönliche Recherchearbeit. Für die könnt ihr mir jetzt aber gerne noch ein Abo dalassen und die Glocke andrücken, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Vielen Dank. Starten wir jetzt mit der ersten Aktie. BlackRock Inc. BlackRock sollten wohl viele schon kennen. Es ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt, zu dem auch die ETF-Produktreihe von iShares gehört. BlackRock selbst ist in puncto Dividendensteigerungen wirklich stark. Die letzten 20 Jahre ging es um gute 17% pro Jahr nach oben. Und aktuell kommt man immerhin schon auf eine Dividendenrendite von 2,7%. Die Ausschüttungsquote lässt mit 50% noch weitere Luftversteigerungen zu. Die Aktie kommt weiterhin auf eine Market Cap von ungefähr 108 Milliarden Dollar und ist mit einem Kursgewinnverhältnis KGV von 20 in meinen Augen fair bewertet. Die nächste Aktie ist die Pulte Group, einen Titel, der weniger bekannt ist und eher aus der zweiten Reihe kommt. Die Pulte Group ist ein klassischer Häuslebauer aus den USA. Man baut also Häuser in allen Preissegmenten für seine Kunden auf, von der Planung an bis zur finalen Schlüsselübergabe. Die aktuelle Dividendenrendite ist mit 0,7% noch gering, die Steigerungen aber im zweistelligen Bereich ebenfalls solide aufgestellt. Auffällig ist, dass bisher nur ein kleiner Anteil vom Gewinn ausgeschüttet wird. Ihr könnt in Zukunft also noch viel mehr kommen. Obwohl die Aktie optisch zumindest schon teuer bewertet aussieht, da sie nahe einem Allzeithoch steht, ist die Bewertung mit einem 7er KGV aber immer noch günstig. Neben BlackRock ist jetzt noch eine weitere Finanzaktie mit dabei, und zwar die von JP Morgan. JP Morgan Chase ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und damit gleichzeitig die größte Bank aus den USA. Beim aktuellen Kurs kommt man immerhin auf 2,6% Dividendenrendite. Ausgezahlt wird aktuell nur etwa ein Viertel vom Gewinn. Die Steigerungen lagen hierbei die letzten 10 Jahre konstant bei um die 10% Year-over-Year. Die Bewertung ist mit einem 10er KGV in meinen Augen ebenfalls günstig. Spannender Titel, wenn man Finanzaktien im Depot haben möchte. Der nächste Titel ist wieder etwas unbekannter, obwohl die Firma schon relativ groß ist. Es geht um Intuit. Intuit ist eine Software-Schmiede, die ein Sammelsurium an Anwendungen auf dem Markt hat. Mint zum Beispiel ist eine beliebte App für Budgets, Mailchimp für E-Mail-Marketing und TurboTax eine Steuersoftware. Viele weitere Hochkaliber gehören ebenfalls dem Portfolio. Die Ausgangsdividendenrendite ist mit einem halben Prozent noch mager. Die Steigerungen von grob 10-15% pro Jahr seit über einem Jahrzehnt dafür aber wieder weniger. Payout mit 22% ebenfalls im dunkelgrünen Bereich. Die Aktie ist aktuell zumindest sehr teuer bewertet. Soll aber mit dem Forward-Looking, also mit dem Gewinn, der für das nächste Jahr erwartet wird, KGV, in seine Bewertung reinwachsen. Bei McKesson haben wir einen Titel aus dem Gesundheitswesen mit dabei. Man vertreibt Software für Apotheken, liefert aber auch direkt Medikamente an die Apotheken selbst, hat weitere Angebote für Bio-Pharmaka-Firmen im Sortiment und vieles mehr. Dividendenrendite liegt bei 0,5%. Steigerungen konstant bei 10% pro Jahr. Der Payout mit 9% sehr gering. Für einen Dividendeninvestor also eine sehr frühphasige Dividendenaktie. Der Kursverlauf ist schön von unten links nach oben rechts, ohne größere Schwankungen. KGV noch im grünen fernen Bereich meiner Meinung nach. Der Umsatz mit knapp 300 Milliarden ist wirklich extrem hoch, für das, das die wenigsten die Firma überhaupt schon mal gehört haben. Die nächste Aktie ist aus einem traditionell eher starken Dividendenzahlerbereich, nämlich Öl und Gas. EOG Resources ist Teil der Öl- und Gasexplorations- und Förderindustrie. Der Fokus der Geschäfte liegt hierbei auf den USA. Hier haben wir jetzt eine sehr hohe initiale Dividendenrendite, beim aktuellen Kurs mit 4,7%. Die Steigerungen der letzten 5 Jahre mit 36% und 10 Jahre mit 25% können sich ebenfalls ziehen lassen. Bewertung mit KGV unter 10, ebenfalls günstig in meinen Augen. Für Dividendenjäger eine tolle Mischung aus hoher Rendite und hohen Steigerungen. Vorausgesetzt natürlich, man mag Öl und Gas im Depot haben, mit all seinen Vor- und Nachteilen und auch der Abhängigkeit von den Marktpreisen. Die nächste Aktie ist aus einem vermeintlich super langweiligen Bereich, der aber von den Marktdynamiken extrem spannend ist. Es geht um den Self-Storage-Anbieter CubeSmart. Self-Storage-Immobilien erleben seit Jahren schon einen Boom, vor allem in den USA. Das sind diese kleinen Lagerräume, die man sich monatlich anmieten kann. Man sieht hier unten mittig schon 55% Dividendenwachstum in 5 Jahren. Und das, obwohl die Dividende auch nicht gerade klein ist, mit aktuell 5%. Steigerungen gab es seit über 12 Jahren. Die Aktie an sich konsolidierte aktuell etwas, da Immobilienfirmen vor allem durch das Zinsumfeld etwas leiden. Bewertung ist ein 23er KGV, wobei wir bei den REITs, Real Estate Investment Trust, zur besseren Bewertung immer das Price-to-FFO-Ratio nehmen sollten. Das ist mit 14 in einem fairen Bewertungsniveau. Die nächste Aktie kommt aus einer ganz anderen Branche. Es geht um NXP, einen Halbleiter-Hersteller aus den Niederlanden. Halbleiter sind ja bekanntlich das neue Öl, hat man bestimmt schon mal gehört. Die Produkte treiben Digitalisierung und Nachhaltigkeit von elektronischen Endprodukten an. NXP ist vor allem im Bereich Elektroauto mit 50% Umsatzanteil unterwegs, gefolgt von Industrie und Infrastruktur. Der Umsatz soll wie rechts gezeigt die nächsten Jahre nochmal deutlich zulegen. Wir haben hier also eine Art Tech- und Wachstumsaktie mit NXP, die aber on top 1,9% Dividende gibt und ein starkes 53%iges Wachstum der Dividende in den letzten 5 Jahren. Im Schnitt. Die Bewertung ist aktuell mit einem 18er KGV fair, mit dem prognostizierten Gewinn für das nächste Jahr mit 14 aber wieder deutlich günstiger. Spannende Aktie, die auch vom Business her langfristig wirklich interessant sein könnte. Die nächste Dividendenaktie ist die von Old Dominion Freightline. Wie der Name schon sagt, geht es hier um ein Unternehmen, was Güter bewegt. Und zwar primär auf dem Landweg. Old Dominion ist der zweitgrößte Roadfreight Spediteur mit knappen 13% Marktanteilen. Das ist ein eher langweiliges Geschäft, dafür aber nachhaltig planbar und auch ein gebrauchtes Geschäftsmodell. Dividendenrendite ist eher bei kleinen 0,37%, dafür aber Steigerungen bei 25% pro Jahr im 5-Jahreschnitt. Und man muss auch sagen, der Aktienkurs ist historisch sehr stark mit angewachsen. Aktuelle Bewertung mit 35k KGV, für mich aber eher schon teurer bewertet und nicht so schmackhaft. Die nächste Aktie kommt ebenfalls aus den USA und heißt Fastenal. Fastenal ist ein Unternehmen, welches eine Vielzahl von Produkten anbietet, die alle im produzierenden Gewerbe benötigt werden. Das fängt von Kleinkram an, wie Kleber oder Verpackungen und endet bei Handschuhen, Helmen, Sicherheitsstickern und Schutzbrillen. Das sind alles keine super spannenden Produkte. Und die Firma ist jetzt auch kein Börsen-Hype-Kandidat. Aber das macht es ebenso interessant. 26 Jahre Dividendensteigerungen, die letzten 10 Jahre davon im Schnitt mit 13%, Dividendenrendite von 2,3%. Es braucht also nicht immer das flashy neue Zukunftsunternehmen, um tolle Renditen abzuliefern. Market Cap bei 34 Milliarden Dollar, KGV von 30 nicht besonders günstig, aber das Geschäftsmodell und die Firma ist grundsolide. Und endlich ist auch mal ein Titel aus Deutschland mit dabei. Es geht um die Brenntag-Aktiengesellschaft. Das Geschäftsmodell ist eher exotisch und wird an vielen Privatpersonen im Alltag vorbeigehen. Und zwar ist Brenntag Weltmarktführer, um Chemikalien von A nach B zu schaffen. Man stellt diese nicht selbst her, sondern ist rein spezialisiert auf den Transport und die Distribution. Das heißt, man transportiert beispielsweise Öl und Gas von Shell, die Chemie von BASF und Klebstoffe von Clariant. Man ist aber nicht nur reiner Transporteur, sondern eben auch Distributor. Ein Aldi zum Beispiel ist auch nicht der Hersteller von seinen Eiern, sondern nur der Verkäufer und Logistiker. Und genauso macht es Brenntag. Die Dividendenrendite liegt bei 2,5%. 40% Payout vom Gewinn. Steigerung 13% die letzten Jahre. In Summe sehr solide. KGV mit 17 ist im fairen Bereich. Spannendes Geschäftsmodell mit Herkunft Deutschland. Eine interessante Aktie. Die nächste Dividendenaktie ist wieder ein Real Estate Investment Trust und heißt Extra Space Storage. Wie der Name schon sagt, sind wir auch hier wieder im Bereich Lagerhaltung unterwegs. Die vorhin gezeigte CubeSmart ist die drittgrößte Firma in diesen Bereichen in den Staaten. Extra Storage ist nochmal deutlich größer und der Platzhirsch. Die Dividendenrendite ist gewohnt hoch bei den Reeds bei 5,1%. Steigerungen trotzdem beachtlich bei über 15% die letzten Jahre im Schnitt. Und auch hier lastet die Zinssituation auf dem Kurs und die Bewertung an den 2023 deutlich abgenommen. Space Storage's Price to Funds from Operations Ratio ist mit 16 ebenfalls günstig bewertet. Kommen wir zu einem weiteren Titel aus der zweiten Reihe, der endlich fest in der List. Es geht um Snap-On. Snap-On ist einfach gesagt ein Werkzeughersteller, der diese typisch roten Produkte herstellt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch diese schon mal gesehen. Werkzeug an sich ist super defensiv aufgestellt und ein langfristig solider Markt. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. 2,5% Dividende, 40% Payout, Steigerung bei über 13%. Und schaut euch das mal an. Gezahlt wird bei Snap-On seit 1939, Quartal für Quartal. Eine echte krisenbeständige Firma also. Die Bewertung ist mit einem 15er KGV ebenfalls fair bis günstig anzusehen für das Zahlenwerk und defensive Geschäftsmodell, was man hier erhält. Die nächste Aktie ist von einem bekannten Namen und zwar S&P Global. Die meisten werden wohl aber nur den Index S&P 500 kennen. Und genau das macht die Firma auch. Börsenindizes berechnen und herausgeben. ETF-Anbieter und Banken können diese dann gegen eine Gebühr verwenden und ihre ETFs dort abbilden. Ein weiterer großer Geschäftsbereich von S&P ist, dass man eine Kredit-Rating-Agentur ist. Hier kommt etwa 50% der Umsätze her. Hier werden Firmen geprüft und die Bilanzen mit einer Wertung versehen. Das sind dann die klassischen Finanz-Ratings einer Firma. Zum Beispiel Investment-Grade, AA, AB, BBB und so weiter. Die Dividende der Aktie ist aktuell bei knapp unter einem Prozent. Gesteigert wird seit soliden 37 Jahren am Stück. Zuletzt mit etwa 12% pro Jahr. Solides Geschäftsmodell und bekannter Brand, jedoch auch etwas teurer bewertet. Mit dem Gewinn für nächstes Jahr sollte es wieder besser werden. Aber definitiv kein Schnapper. Die nächste Aktie finde ich besonders interessant. Es geht um die Supermarktkette Ahold Del Haze. Neben dem, dass man eben Supermärkte betreibt, hat man auch ein paar Aktivitäten im Bereich Versandhandel und E-Commerce. Firma an sich, seid mal ehrlich, kennt kein Schwein bei uns. Aber das Unternehmen ist riesig und expandiert stark. Wir sprechen von 400.000 Mitarbeitern und über 7.500 Läden. Und hier haben wir zahlentechnisch eine sehr interessante Mischung. Starke initiale Dividendenrendite von 4%. Aber auch eine starke Steigerung von 24% über die letzten Jahre. Und das, obwohl man erst 42% vom Gewinn ausschüttet. Ahold ist gerade am Anfang, was zu einer schönen Dividendenwachstumsgeschichte werden könnte. Und als letztes Zuckerstück kommt die Bewertung dazu. 12a KGV als Bewertungsniveau, eine in meinen Augen günstig bewertete Aktie. Die nächste Dividendenwachstumsaktie ist RRSLEV. Komischer Name, aber eigentlich einfach zu verstehen ist Geschäftsmodell. Es handelt sich um eine dänische Firma, die im Bau von Infrastruktur unterwegs ist. Das heißt, man baut zum Beispiel Bahnschienen, Rohrsysteme, Kanalisationsarbeiten bis hin zur Installation der Pfeile, auf denen Offshore-Windkrafträder stehen. Und das Geschäft, muss man sagen, läuft wirklich gut. Die nächste Aktie ist ebenfalls im Schienenfahrzeugbereich unterwegs, aber eher auf der Hardware-Seite. Es geht um die Webtec Corporation. Webtec steht für Westinghouse Airbrake Technologies. Wie man schon rausliest, ein starker Fokus auf den Bereich Schienenfahrzeuge und Bauteile hierfür. Ein klassischer Zulieferer also. Dividendenrendite 0,58% aktuell. Auch wenn die Dividende schon lange nicht mehr gesenkt wurde, sind die Steigerungen erst wieder seit zwei Jahren ununterbrochen dabei. Positiv anzumerken ist, dass nur 12% vom Gewinn ausgeschüttet werden und noch viel Luft nach oben ist. Bewertung nach Kurs-Umsatz-Verhältnis ist günstig. Nach KGV eher teurer bewertet. Auf dem aktuellen Niveau für mich persönlich eher ein Watchlist-Kandidat. Die nächste Aktie ist ebenso unbekannt wie vom Zahlenwerk aber auch beeindruckend. UFP Industries. Schon mal gehört? Ich glaube kaum. UFP ist eine Holding, die primär drei Geschäftsbereiche inne hat. Einmal im Bereich Construction, einmal Retail Solutions und einmal Verpackungen. Die Firma kommt auf 222 Produktionsstätten weltweit mit über 15.000 Mitarbeitern. Schön ist der breite Aufstellungsgrad der Firma, da die Geschäftsbereiche jeweils ungefähr ein Drittel im Umsatz machen. Im Bereich Construction ist man der klassische Häuslebauer und im Packaging vertreibt man Verpackungen für die Automobil- und Landwirtschaftskunden. Die Dividende an sich ist zwar aktuell nur bei einem Prozent, wird aber kräftig gesteigert und das auch noch über einen langen Zeitraum hinweg. Ein Grund dafür, warum die Dividendenrendite auch nicht mehr ansteigt, ist die starke Kursperformance von UFP. Die Bewertung mit 13er KGV ebenfalls günstig in meinen Augen. Interessante Aktie mit tollem Zahlenwerk für Dividendenwachstumsinvestoren. Wie Home Depot sollte wohl jeder schon mal gehört haben. Das Zahlenwerk dahinter ist aber umso beeindruckender für die Größe der Firma. Kurzvorstellung des Geschäfts könnte man zusammenfassen als einen der weltgrößten Hausverbesserungshändler. Kurz gesagt Obi oder Hornbach. Dividendenrendite von immerhin 2,7 Prozent beim aktuellen Kurs. Steigerungen die letzten 5 bis 10 Jahre im deutlichen zweistelligen Bereich und Payout Ratio von 50 Prozent im grünen Bereich. Market Cap liegt bei stolzen 300 Milliarden, bei Umsatz von 150 Milliarden. 2er KUV und 20er KGV wird diese Branchengröße eine faire Bewertung in meinen Augen. Die nächste Aktie ist die von John Deerey & Co., ebenfalls ein größerer Konzern aus den USA, der aber weltweit tätig ist. Man vertreibt Maschinen und Fahrzeuge mit speziellem Fokus auf Landwirtschaft, sprich auf gut Deutsch, Bagger und die größeren Traktoren für Landwirte. Und dann die Rasenmäher für den kleineren Haushaltsbereich. Dividendenrendite aktuell 1,4 Prozent, bei Steigerungen im zweistelligen Bereich auf lange Sicht. Geringe Payout Ratio von 14 Prozent. Dividende nicht gesenkt seit 35 Jahren. Bewertung ist mit 10er KGV aktuell relativ günstig, da die Aktie auch seitlich läuft ungefähr seit drei Jahren. Die nächste Aktie ist die United Health Group. Machen wir es kurz. United Health ist einer der größten Versicherungen der Welt, primär mit Fokus auf USA. Dividendenrendite 1,3 Prozent, Steigerungen seit langer Zeit, auch nachhaltig mit starken 16 bis 21 Prozent pro Jahr. Payout mit 30 Prozent auch noch niedrig. Bewertung ist dafür mit 23er KGV, zwar nicht übertrieben günstig, aber in Summe fair bewertet für die Ertragskraft der Firma. Market Cap kommt auf gewaltige 500 Milliarden Dollar, bei Umsatz von 360 Milliarden. Bleiben wir doch gleich beim Thema Versicherungen und kommen zu einem weiteren deutschen Unternehmen. Die Allianz gefällt mir als Dividendenaktie wirklich gut und ich sage euch auch warum. Erstens ist die Allianz tatsächlich die größte Versicherungsmarke der Welt mit über 100 Millionen Kunden und ist extrem global und breit aufgestellt. Und zweitens ist das Zahlenwerk in Bezug auf Dividenden wirklich stark. Initiale Rendite von 4,9 Prozent aktuell. Geht schon in den Bereich High Yield eigentlich. Und trotzdem erst 50 Prozent Payout Ratio und Steigerungen von um die 10 Prozent langfristig pro Jahr. Und dazu kommt noch ein KGV von 10, auch nicht teuer bewertet. Ich gebe also meine 18 Allianz-Aktien, die mir gute 150 Euro pro Jahr zahlen, nicht aus der Hand. Fun Fact, Allianz war tatsächlich die erste Aktie, die ich mir jemals gekauft habe. Die nächste Aktie ist ein alter Bekannter und zwar Microsoft. Eigentlich eher bekannt als klassische Tech-Wachstumsaktie. Aber wir sehen oft den Schritt, dass stark wachsende Firmen auf einmal immer profitabler werden und immer mehr in eine Dividendenaktie übergehen. Microsoft vorstellen brauche ich wohl nicht groß. Kernelement vom Geschäft sind neben den Office- und Windows-Applikationen der starke Cloud-Bereich. Neben neueren Themen wie das kürzlich erworbene Netzwerk LinkedIn. Microsoft zahlt aktuell 0,7 Prozent Dividende, steigert diese aber seit über 20 Jahren kontinuierlich an mit im Schnitt 10 Prozent. Microsoft ist ein Kandidat, den ich in 10 bis 20 Jahren mit hoher Dividende sehe. Wenn das Wachstum nachgelassen hat und man immer mehr ausschütten möchte. Die Bewertung ist wie erwartet relativ hoch, wobei wir hier wenigstens absolute Qualität einer Firma und Aktie bekommen. Die nächste Aktie ist ähnlich wie NXP ein Halbleiterhersteller. TI, Texas Instruments kommt aus Amerika und ist einer der größten Hersteller der Welt. Hier haben wir den Bereich Automotive zwar auch stark vertreten, wobei fast 40 Prozent aus dem Bereich Industrial kommen. Das sind beispielsweise Produkte im medizinischen, Infrastruktur- und Luftfahrtbereich, aber auch Robotik- und Testmessgeräte oder Licht. Dividendentechnisch ist TI sehr interessant. Wir haben hier eine aktuelle Dividendenredite von immerhin 3,2 Prozent, aber trotzdem seit 20 Jahren Steigerungen mit zuletzt starken 15 bis 20 Prozent pro Jahr. Und zudem ist die Bewertung mit 19er KGV fair in meinen Augen. Halbleiter als Zukunftsmarkt kommt als Kirsche und Wachstumsfantasie da noch mit on top. Schauen wir uns gleich Broadcom an. Auch eine Aktie, die wohl viele schon mal gehört haben, aber die Größe der Firma unterschätzen. Broadcom ist eben auch eine Halbleiteraktie, jedoch in einem etwas anderen Segment. Durch die Presse ging das Unternehmen kürzlich erst, da der Kauf von Cloud-Computing-Anbieter VMware für Klappe 69 Milliarden endlich durchgegangen ist. Damit stärkt Broadcom sein Angebot in der Sparte Data Center Solutions und Cloud. Dividende 1,9 Prozent beim aktuellen Kurs. Gesteigert wird seit über einem Jahrzehnt, zuletzt wieder sehr stark. Market Cap stolze 455 Milliarden Dollar, KGV bei 30, mit dem Gewinn für nächstes Jahr bei 20. Nicht günstig, aber auch hier ist die Wachstumsfantasie Halbleiter und Cloud mit eingepreist. Die nächste Aktie ist die von Bristol Myers Squibb. Bristol ist eine der größten Bio-Pharma-Buden der Welt und kommt aktuell auf eine starke Dividendenrendite von 4,6 Prozent. Dazu kommen Steigerungen im mittleren einstelligen Bereich. Der Kurs der Aktie ist an sich die letzten Quartale stark gefallen, sodass wir aktuell auf eine sehr günstige Bewertung kommen. Schuld hierfür ist, dass einige wichtige Patente auslaufen. Gegensteuern will man mit einer Erweiterung des Geschäfts, unter anderem durch die Übernahme von Mirati für 4,8 Milliarden US-Dollar. Puh, wir haben es geschafft. Das waren ganz schön viele verschiedene Dividendenwachstumstitel mit verschiedenen Schwerpunkten. Schauen wir uns jetzt alle nochmal im direkten Vergleich an. Am wichtigsten für dieses Video war uns hier das Dividendenwachstum. Hier seht ihr mal die Titel nach 5-Jahresdurchschnitt absteigend sortiert. Mir persönlich gefallen hieraus 4 Titel besonders. 1. UFP Industries, aufgrund von der Kombi von günstiger Bewertung und starkem Dividendenwachstum sowohl im 5- als auch im 10-Jahresschnitt. 2. Ahold Del Haze, aufgrund der starken initialen Dividende von 4%, der günstigen Bewertung und ebenfalls dem starken Wachstum vor allem in den letzten 5 Jahren. 3. Texas Instruments, mit der Kombi aus starker Dividendenrendite von 3,2% und trotzdem starkem Wachstum. Die mittelpreisige Bewertung kompensiert die Tatsache, dass der Mark Halbleiter weiteres Wachstum versprechen könnte. Und 4. Die gute alte Allianz. Die Werte sind einfach alle gut. 4,9% Rendite plus günstige Bewertung plus trotzdem gute Dividendensteigerungen. Welche Aktie gefällt euch denn aktuell am besten aus dem Bereich Dividendenwachstum? Auch gerne aus eurem eigenen Portfolio. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht ist für den ein oder anderen noch ein spannender Titel dabei. An dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär. Schreibt es gerne mal in die Kommentare.